Bluttenbrain Wo ist das jetzt richtig, das ganze Essen mitzunehmen? Das ist halt auch so eine Sache, ne? Aber... Naja... Das ist jetzt auch so ein Punkt, ne? Nehmen wir das Futter jetzt mit? Äh... Und laufen Gefahr, dass es halt schlecht wird? Hm... Ah, Moment... Oho... Tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch... Hm... Komm, gib ihm! Oh nein... Ohohohoh... Hm... Oh, blöde Idee... Egal... Schaffen wir... Jetzt komm! So... Zack... Ähm... Ja, ich würde mal sagen, hier, wir nehmen mit, was wir hier jetzt noch so finden. So. Ja, auch, was wir so ein Essen noch mitnehmen können und sowas. Und dann, äh, ja, dann erkunden wir noch mal die anderen Ortschaften. So, ne? Bereiten uns dann einfach entsprechend Essen vor. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist so ein bisschen hoch. So ein bisschen, äh, ja, Reiseproviant mitnehmen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Äh, kommen wir da hin? So hier rum? Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Was sagt die Uhr? Noch, noch ist genug Zeit. Okay. Äh, 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 äh. Gucken wir mal an. So. Gleich hier kaputt machen, damit wir da gar nicht, damit wir gar nicht erst die Zeit dafür verbrauchen. Ein bisschen Zeit ist noch, ein bisschen Zeit ist noch. Davor wir zurück müssen. Hunger sieht gut aus, Stimmung sieht gut aus. Hm. Wenn wir den jetzt von hinten sneaky, äh. Ah, sehr gut. Guter Mann. Bester Mann. Was müssen wir gleich zurück? Ich sag mal, spätestens, na, das ist, äh, Risiko, ne? Nehmen wir auch alles mit. Gut, gut, gut. Hier, ja, mit. Gleich ist, glaub ich, sowieso Tasche voll, ne? Äh, wenn man hier nicht genug kriegen kann. Ja, wenn man hier nicht genug kriegen kann. Holz. Holz. Oh ja, sehr gut, danke. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ganz schlecht, ganz schlecht. Dass hier auch noch so viele Zombies sind, ne? Oh, 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 oh. Ich hab jetzt gerade nicht so den Elan auf, auf, auf dem, auf dem Kampf, den ich über den sein muss. Ich glaub, warst du ein Runner, ne? Hm. Ja, gut, also wir sind uns einig, hier ist auf jeden Fall noch ne Menge zu holen. Äh, hier nicht. Zack. So. Hier lang. Hm. Wir wollten in den Park ja auch, um die, um die, äh, um die Falle aufzustellen. Das können wir eigentlich auch mal machen. So, so, nein, zurück, hier. Zip. Dann würd ich sagen, wir gehen jetzt zurück. Die Zeit ist ja auch schon sehr knapp. Hier sind wir noch genug zu holen, das ist super. Und die zweite Etage ist ja auch noch da. Guck mal, da haben wir nicht mehr die Hälfte. Ähm. Gehen wir zurück in den Shelter. Wo war denn der? Na, gucken wir gleich, egal. So, erstmal zurück. Zack, hier sind wir wieder. Dib, 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 dib. Dann einmal so und. Ah, 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 ah. Click Add. So. Was hatten wir gelernt, wenn wir Feuer machen? Genau, dann steigt die Stimmung mehr, ne? Wenn wir Feuer machen oder was essen und sowas, das war ja wie so ein Multiplikator, ja. Also gefühlt, ne? Oh, das sieht schon mal gut aus. Ähm. Haben wir denn gerade Essen, was schlecht wird? In kürzester Zeit, mal gucken. Der Hase, das sieht, glaube ich, alles noch sehr gut aus. Hatten wir nicht noch Brot? Da brauchen wir Kartoffeln für und Wasser. Äh, jetzt ist sowieso nicht mehr viel Zeit. Ähm. Können wir nochmal ein bisschen was forschen hier, ne? Metalltechnik oder... Äh. Ich weiß es gerade nicht. Metall oder... Na, komm, wir nehmen das. Alles okay. Jetzt ist ja gleich irgendwie Tüdelüzeit. 18 Uhr, ja. Was haben wir hier? Architektur, das ist, glaube ich, wichtig. So. Ach, schau mal an, was kann hier alles bauen? Bessere Zäune. Besseren... Ah, nice. Oh, Greenhouse. Uh. Da kann ich Kartoffeln anpflanzen. Das nehmen wir noch mit. Denn müssen wir unbedingt das essen. Denn müssen wir schlafen. Warte, jetzt ist ja alles wieder ein Stress hier gerade, ne? So. Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier essen machen. Komm, hau raus, den Hasen hier. Ham, ham. So. Zack. Weil wir haben nämlich schon wieder schlechte Laune gerade hier. Äh, noch ein kleines Feuerchen. Das würde bereichen. So, zack. Immer die Fasche. Das ist, äh, eat. So. Dann machen wir ein bisschen hier. Eine Stunde Musik hören. Ring. Ja, das ist, äh, enorm. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Ähm, jetzt... Schlafen wir bis zum Morgenraum. Das wird unser... Ich finde trotzdem, dass das Essen echt rasch runtergeht, ne? Da muss uns, glaube ich, nochmal irgendwas Sinnvolles einfallen. Eigentlich müssen wir zurückgehen. Wir müssen echt mehr Essen holen jetzt. Und das einmal richtig, richtig hochballern da. So. Ähm. Habe ich genug Zeit, das das Greenhouse zu bauen? Habe ich alles dafür? 50 Minuten, ne? Ja, komm, das brauchen wir doch schnell. Wenn wir sterben... Herrgott, ja. Den ist es halt so. Ne, geht noch gut. Ähm, B. Ja. Jetzt habe ich das Greenhouse. Habe ich es jetzt hier gebaut? Ach, da ist es. Sehr gut, sehr gut. Brauche ich jetzt Kartoffelsamen oder so? Au, wie gut ist das? Ich habe kein Wasser. Ich habe kein Wasser. Oh. Ich habe kein Wasser. Wie? Ich muss irgendwie... Wie kann ich Wasser machen? Das muss ich mal rausfinden. Aber erstmal... Erstmal müssen wir den Tag nutzen. Und... Zurück in den Markt. Ja, geht nicht anders. Wir müssen zurück in den Markt, weil... Da... Oh, ich habe noch Dosenfutter. Oh nein. Jetzt habe ich das alles schon weggebracht, ne? Oh. Ich hält... Scheißengleister. Ich habe das Futter alles schon weggebracht, ne? Oh. Was ist das Risiko? Ich meine, wir können doch hier auch zurücklaufen. Ah, jetzt gehen wir drauf und... Das war unüberlegt. Das war unüberlegt. Blöd, blöd. Naja. Egal. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Guck. Wo war denn hier die... Oh, nein. Oh. Wie viele sind denn hier noch? Oh, du scheiße. Fuck, ey. Oh. Nein, 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 nein. Komm ich hier umgegangen? Ja. Ich dachte, es geht hier noch irgendwo nach oben. Habe ich mich so getäuscht? Gut. Einer nach dem anderen noch ausschalten hier. Ich dachte, es geht hier noch irgendwo nach oben. Ach, jetzt müssen wir... Wir müssen schnell zurück... Ne. Das... Verdammt! Ah. Na. Ich dachte, es geht hier noch nach oben. Mir war es, als ob hier noch eine zweite Etage irgendwo ist. Hm. Wie ist das im Weg? Oh, nein. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht sterben. Jetzt, wo wir das Greenhouse haben... Und... Wie laufe ich denn hier lang? Der Hunger vernebelt meinen Verstand. Ah. Shit, shit, shit. Los, los, los. Komm, 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 komm. Shelter. Hop, 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 hop. Oh. Knappe Kiste, knappe Kiste. Ja, ohne Wasser nützt das ganze Haus nichts. Hätte ich auch dran denken können. Habe ich nicht. Doof. Hier. Was ist denn das hier? Verrottetes Essen. Ja, was ist... Nützt mir ja alles nicht, ne? Ich muss das jetzt essen. So. Dann. Lass mal gucken. Habe ich die Falle dabei? Habe ich nicht. Wir müssen dann echt irgendwas machen, um mehr Essen zu kriegen. Und... Ich weiß das alles nicht. Also ein bisschen blöd jetzt gerade, ne? Die Falle dabei ist... Hier ist der Park. Wir gehen kurz in den Park. Stellen die Falle auf. Ja, ich... Das ist... Hm. Hm. Hat er wieder irgendwas? Bitte was? Ist blau? Hallo? Sorry about that. Ne? Okay. Nichts Wichtiges. Ähm. I. Oh. B. Use. Okay. Steht sie hier. Gut. Zip. Tschüss. Verdammt, 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 verdammt. Wir müssen... Der Markt ist unser einziger... ...Punkt für Nahrung, ne? Geht nicht, dass wir jetzt mit Zombies ausschalten. Wir sind mit Zombies ausschalten. Und... Ich dachte echt, das geht noch eine Etage höher, da. Geht's auch? Ah, da hinten. Ha. Okay. Ah, ist alles jetzt hier. Risiko, ne? Aber... Was soll's? Ausprobieren. Da. Da ist das ein normaler Zombie, naja. Bisschen... Bisschen mehr Lebenspunkten, oder? Oh, das ist auch zweiter. Oh, ne? Oh, ne? Schlechter. Ich krieg das nicht mit. Hoffentlich krieg der Junge das nicht mit. Hier und bisher was zuerst nicht viel. Hier, das ist nicht zuerst. Danke. Oh, 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 oh. Ha, risikogenial. Oh, sehr gut, sehr gut. Danke. Ja, wenn wir schleichen, wissen wir, er ist also nicht zu dicht. So, oh, wir sind gleich zurück. Aber das ist gut, das ist gut. Trotzdem können wir noch kein Wasser machen. Oh, der Hammer, der Hammer. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wo ist er da? Shit. Was ist denn nur? Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, nein, er kommt hinterher. Oh, schlecht, schlecht. Oh, nein. Nein, nein. Nein, nein. Switch doch um. Oh, verdammt. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Äh, ih. Oh, was? Alkohol? Ich hab kein Alkohol. Oh, nein. Was denn jetzt, ey? Oh, verdammt. Das kommt davon. Das kommt davon. Ach, vielleicht beruhigen wir uns auch wieder. Vielleicht ist sie gar nicht so schlimm. Rot heißt, glaube ich, ist noch nichts drin. Okay, wir beruhigen uns hier so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ob wir über Nacht sterben jetzt. Wenn wir die, die Dings, äh, nicht, nicht, nicht verarzten hier, ne? Ich hab ja kein Alkohol. Hm. Oder resigniert das automatisch? Äh. Die Dings. Ich hab, weiß jetzt. Ich bin unsicher jetzt gerade. Ähm. Ähm. Ja, warte mal. B. Okay. Was ist das hier? Wieso hab ich eigentlich kein Holz? Oh, Leute. Scheiße. Scheiß, die Wandern. Hm. Das ist jetzt alles gerade ein bisschen, ein bisschen doof, ne? Ähm. Brauchen wir nicht. Also im Kern müssten wir halt in den, in den anderen Laden runter auch, ne? Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Hm. Jetzt haben wir Kartoffeln, naja, das ist schon gut. Wir kochen erst mal den Hasen. Zack. Dann hören wir kurz einen Song hier. Hm. Gute Frage. Eigentlich, eigentlich muss ich. Ich muss ein Feuer machen und, äh, geht hier gar nichts. Da, guck mal. Ich muss, ich muss ein Feuer machen. Ich hab, ich hab, wieso hab ich denn überhaupt kein, ach, scheiß, weil ich geforscht hab. Oh. Oh. So. Oh. Verdammt, die Scheiße. Hahaha. Jetzt sinkt das wieder runter. Oh. Wenn man erstmal in so einer Spirale ist, ist da echt, äh, schwer rauszukommen, ne? Das ist, äh, übel. Äh. Ja, ich, ich muss ja bis zum Morgen rausschlafen. Spendet ja sonst nichts. Aber ich mein, wie schnell teilweise die Sachen sinken, ne? Das ist enorm. Ähm. Hm. Also ich brauch, brauch Teile, äh, Sachen. Ich brauch, ich brauch Sachen. Bin ich eigentlich immer noch infiziert? Äh, ich brauch Alkohol und Sachen. Oh Gott, wie soll denn das gut gehen, ey? Das, das wird nicht gut gehen. Gut. Hab ich die jetzt dabei? B. Achso. Mal jetzt mal. Oh nein, jetzt hab ich die falschen Kartoffeln gegessen. Ich glaub, ich werd verrückt, ey. Oh. Oh, ho, 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 ho. Shit. Meine Stimmung ist schon wieder im Keller gleich. Oh Gott, ey. Ähm. Keine Ahnung. Geh mal in den Ingenieurschop. Guck mal, was da los ist. Enter. Ähm. Ja, das ist jetzt, äh. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was passiert. Ja, die Stimmung ist schon wieder. Finden wir hier sowas wie Holz? Können wir hier Holz? So ein Runner. Oh. Das Ding ist, so ein Runner brauchen wir gar nicht hinzugreifen mit unserem Messerchen hier. Ist eher, äh. Ich hab ein Problem, glaub ich. Was soll das? Ich kann natürlich versuchen, vor dem wegzulaufen, ne? Nein, 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 nein. Komm. Ich kann versuchen, den hier hochzulocken. So. Was kommt da? Guck mal, wie schnell der ist, ey. Wie sollen wir denn von dem weglaufen? Vor allen Dingen hier in so eine Sackgasse oder was? Oh, nein, 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 nein. Den Glück behindern die sich gegenseitig. Oh, ist ja der Nächste, ey. Oh. No. Hier ist nichts, oder was? Das ist so einer. Na, wie sagt er so? Gut. Shit. Das sieht überhaupt nicht gut aus für uns. Ah, hier ist sie ja auch. Ich mein, wenn wir jetzt drauf gehen, ein bisschen... Ach, nee, er zeigt dir jetzt noch nichts an, weil wir ja im Kampf sind hier, ne? Pst. Shit. Oh. Na, komm, lass mich jetzt sterben. Also was soll's. Na gut, die sind die Weiser, ne? Ja. Was ist jetzt... Ach, warte mal, habe ich jetzt die... Die Kartoffeln wieder? Oh, ja, ja, ja. Ähm, wir essen das Brot. So. Brot gegessen. Denn hier. Quick, zack. Wir brauchen für die, für die, äh... Für die fetten Viecher brauchen wir eine bessere Waffe. Können können wir alles nicht bauen, weil... Ist so. Shit. Äh, wir müssen Alkohol erstellen. Wir müssen dies, das, jenes. Ähm. Ich glaube, sonst wären wir in ein paar Tagen tot. Ich glaube. Das ist eine Sackgasse jetzt. Ähm. Ähm. Wohin? Ins Hospital vielleicht. Ja, können wir auch mal das... Komm, wir gehen noch mal ins Hospital. Das mit der Stimmung, das nervt auch total, ne? Wir machen jetzt noch mal ein bisschen im Hospital hier. Äh. Genau. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Oh, nein. Oh, scheiß. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott. Das ist doch nicht der Ernst, den sie hier. Okay. Dass ich auch nichts habe, ne? Dass ich hier nur... Nur Musik höre kann. Feuer. Du brauchst Holz für alles, ne? Das ist auch echt heftig. Ich weiß ganz genau, dass... Wenn wir uns gleich hinlegen, hat sie das eh wieder erlebt. Dann singt die Stimmung, wie wir bis sonst wohin. Aber das Hospital, das machen wir noch. Ich meine, die sind da sogar jetzt schon. Obwohl wir gar nichts machen. Das ist auch so... Was bringt das Schlafen? Das und das halt, ne? Aber... Ich weiß nicht. Irgendwie ist die Situation gerade so ein bisschen blöd. So ein bisschen blöd. Okay. Äh, 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 was, 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 was? Kochen. Ähm... Hase. Wir machen den Hasen. Zack. Was auch dringend nötig ist, weil sonst sterben wir. Was, äh, schon irgendwie nervig ist. So. Gut. Ich muss irgendwie, irgendwie Wasser herstellen, oder... Das ist, äh, ein bisschen polonomatisch. Egal. Äh... Wir gehen jetzt nochmal hier ins, ins Hospital. Die, die Etage hier gucken wir uns nochmal an. Und dann ist das Tutti hier. Hoffe ich. So, oder waren wir eigentlich schon da oben? Ich glaube nicht, ne? Nein, nein, ich glaube nicht. Zack. Einmal hier hoch. Ich meine, hier wird es nur Medikamente geben. Denke ich mal, ne? Ist das ein Runner? Ich weiß ja nicht genau. Wenn die Aser, wäre eh wieder tot. Ich würde zu sagen, was ist denn das? Ist egal. Er hat das noch nicht bemerkt. Jetzt bemerkt er uns bestimmt, ne? Ist das ein Runner? Nee. Was hat der denn? Oh, oh, was ist das alles hier? Pick all. Hier war alles mit. Wie sind denn das so schön? Oh, ein Football-Zombie. Ah, du Scheiße, was? Ein Football-Zombie. Ich habe mal geguckt, was der für Power hat, ey. Und warum ist der so schnell? Er ist Football-Zombie, ja, ja. Ähm. Ey, ey. Wir müssen ja irgendwo abbiegen jetzt hier. Äh. Ach, da ist ein Runner. Oh, nein. Nee. Okay, er weiß nicht mehr, wo wir sind, glaube ich. Da muss er der Runner nicht sehen. Ist hier noch was? Dass wir Türen, ne? Das ist immer noch schade, dass wir Türen nicht zu machen können. Ähm. Okay, Risiko hier. Zack. Oh nein, komm. Kommst du da raus? Ja, die kommen da raus, ne? Shit. Und Pitbull. Oh, einmal um die Ecke. So, hoffentlich... Ach, da geht's auch noch mal um. Okay. Äh, ich hoffe einfach mal, die sehen das jetzt nicht. Oder gehen woanders hin oder irgendwie sowas. Wir haben was machen damit? Nein. Können wir pflanzen, ne? Nein, wir brauchen Wasser für. Wir brauchen für alles Wasser. Ach, komm. Ich will nicht auf Klo sterben. Wahrscheinlich werde ich sowieso in der Krankheit sterben, die er mir dazu geführt hat. Weißt du was? Komm. Oh, ernsthaft. Ehrlich. Oh. Hallo. Das kann ja jetzt nicht der Ernst sein. Hm. Dann resettet er sich gar nicht? Also diese Folge, ne? Die will ich echt natzen hier, oder was? Wenn wir jetzt wieder rausrennen, dann wird der Hunt uns wieder erwischen, weil die Strecke ist viel zu kurz. Und, ne. Äh. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist es doch scheiße, oder was? Wir können uns nicht noch so ne, so ne, so ne Nummer leisten mit denen, ne? Äh. Müssen wir wohl. Ja, ja. Blablabla. Komm. Scheißdreck. Ja. Ach, komm. Scheiß die Wand an. Das bringt nichts. Ja, ich weiß gerade nicht so, nicht so weiter, was, was wir machen sollen. Das, äh. Äh. Ich werde gleich mal Google anwerfen und nachgucken. Ähm. Aber wenn diese, diese Krankheit uns da, äh, irgendwie, irgendwie wegnatzt, äh. Dann, ähm. Oder was bedeutet, oder bedeutet das einfach, dass dieser ganze Teil dann weg ist? Wenn wir das nicht innerhalb von knapp zwei Tagen, äh, behandeln. Kann das denn sein, dass das hier weg ist, der komplette Lebensgang? Also dass dadurch durch solche Verletzungen unser Lebensbalken, unser Maximum schrumpft? Kann es das bedeuten? Ha. Naja, ich meine, jetzt, jetzt kommen wir ja so oder so gerade nicht weiter. Die Folge ist ja auch schon wieder ein bisschen zu lang. Ähm. Wir werden aber mal gucken, wie wir an Wasser kommen. Hier. Ja, das, das nützt uns ja auch nichts. Das ist ja ein Wasserfilter. Wir wollen ja keinen Wasserfilter machen. Wir wollen ja, wir wollen ja, ähm, Wasser herstellen hier. Wie können wir denn Wasser herstellen? Eine Wasserpumpe oder so? Gucken. Oh, wir können ein Badezimmer bauen, was zur Hölle. Ähm. Da, was haben wir denn hier? Ein simpler Schauer, eine Dusche. Ähm. Wasser ist wichtig, aber wir können ja nicht stinken. Ja. Ähm. Also man kann hier richtig noch ein krasses Haus bauen. Oh ja, Stereoanlage. Viel besser als das Radio. Alles ist besser als das Radio. Aber bedarf Strom. Okay. Okay, okay. Ähm. Okay, das sind also die Sachen, die es momentan so gibt, würde ich sagen. Das, 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 das. Aber. Wie? Wie können wir? Können wir denn, ähm, Energie da unten? Hier. Hier vielleicht? Ein Generator, der macht Strom, würde ich sagen. Ja. Ein simpler Wasserfilter. Ja, aber der, der, der macht ja kein Wasser, ne? Oder? Ne, das ist Wasser lagern. Da gibt es ja mehrere von. Okay, Batterie. Batterie pack. Ähm. Ja, aber das ist ja nur ein Wasserfilter. Oder, oder, oder. Ist das, ist das so wie das Greenhouse quasi, dass wir da einfach was reinwerfen und dann stellt er automatisch Wasser her. Ja, muss ja, ne? Weil ich finde hier sonst, äh. Was? Ähm. Was? Äh. Eine Ugly Blow-Up Doll. Depressionen kann man damit bekämpfen und so. Achso, ja, ja. Aber es ist eine hässliche. Aha. Und, und. Das hier ist ne, ne, ne hübsche. Das ist ne hässliche. Das ist ne hübsche. Das ist, äh, faszinierend. Okay. Dann haben wir hier ne Gasmaske. Hm. Was? Ein, ein Parfum. In der verdammten Apokalypse würde mich doch... Ach, ne, ist egal. Ähm. Oder gibt es noch irgendwelche Bonis? Das müssen wir noch rausfinden. Ähm. Ja, es sind die Fallen und so. Das wird schon so alles nicht weiter. Buildings haben wir, glaube ich, schon geguckt, ne? Das sind die ganzen, ganzen Sachen. Was? Ah, man kann also nachher ein Auto haben. Und kann es bei Wind und Regen schützen. Okay. Naja, sind das ja die Fallen und so. Ähm. Ja. Hm. Hm. Ich finde da jetzt so direkt nichts, ähm... Nichts übers Wasser. Wenn ich hier so gucke... Dann sind hier genau die gleichen Sachen drin, ne? Also würde ich doch fast vermuten... Äh, würde ich doch fast vermuten, dass wir den... Den... Was bräuchte ich da für bessere Wachsäcke eigentlich, also? Ähm. Dass wir den, 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 den Wasserfilter bauen müssen. Und der den einfach Wasser produziert, ne? Was brauchen wir denn? Brauchen wir Holz für? Wo kriegen wir Holz her? Äh, das wird, das wird unsere nächste Aufgabe sein. In der nächsten Folge. Wir werden... Was, was... Ah, der Moment. Moment, Moment. Was brauchen wir denn für Alkohol? Alkohol. Food. Hier, können wir Alkohol... War das hier drin? Was haben wir eigentlich? Achso. Ja, äh... Medizin. Ist Alkohol oder Medizin? Ich meine, wundern würde es mich hier nicht. äh, bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Oh, warte mal, was brauchen wir denn für die... Na ja, natürlich. Ähm, 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 bla, bla, bla. Nee. Konnten wir Bier... Mir war es, als ob wir... Als ob wir Bier irgendwo herstellen können. Aber ich kann mich da auch täuschen. Da habe ich mich verguckt. Hm. Was ist der Workshop? Was ist hier? Äh, Grocery. Äh, food. Ja, war es, als ob wir irgendwo... Hatte ich das nicht irgendwo gelesen? Hier, doch, da. Eine Brauerei. Ähm. Ja, richtig, richtig. Learn to brew and bachelors. Äh, okay, okay, ähm. Das ist ja, das ist eine Brauerei. Die ist unter, unter Food. Okay. Ist sie denn hier denn auch unter Food? Nee, hier nicht. Hol? Oh, wieso? Wieso wird die hier denn nicht angezeigt? Hm. Wieso wird die hier denn nicht angezeigt? Das muss ich auch nochmal irgendwie rausfinden. Also, ja gut, damit könnte ich den Alkohol herstellen, aber... Das mit dem Wasser. Wir brauchen erstmal Wasser, bevor wir an Alkohol denken. Also, wenn wir jetzt nächstes, ähm, Wasser produzieren. Holz holen. Holz holen. Aber mit dem Holz können wir dann hier das hier, äh, machen. Mit dem Holz können wir das Wasserding bauen. Mit dem Wasser können wir hier Kartoffeln abpflanzen. Äh, dann können wir vielleicht so ein bisschen so ein Zyklus hier reinkriegen. Aber, ähm, ja. Das schauen wir dann beim nächsten Mal. So, also dann. Gucken, ob wir dem Tod wieder von der Schippe springen können, ne? Das hat ja bisher irgendwie immer geklappt. Also dann, reingehauen und bis zum nächsten Mal.